Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute mal klären, was machen, wenn der Fensterheber Geräusche macht, aber nicht hebt oder senkt. Wie ihr jetzt gerade schon gesehen habt, habe ich auch eine andere Tür mit Fensterheber probiert. Ich habe auch einen anderen Motor probiert. Exakt bei allen drei Motoren und zwei Fensterheber das selbe Problem. Hier habe ich jetzt noch einen einzelnen Motor zum Testen. Der ist aber auch in Ordnung. Auf der Fahrerseite hat alles funktioniert. Bei mir ist es tatsächlich so, auf der Fahrerseite funktioniert alles. Der Fensterheber fährt ganz normal hoch, runter, so wie er soll. Heute Beispiel Fahrzeug Golf 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch andere Fahrzeuge haben, aber bei mir ist jetzt am V6 dementsprechend das Problem. Dementsprechend habe ich mir mal den Schaltplan rausgesucht, beziehungsweise Leon, vielen, vielen Dank fürs Schicken. Fahrgestellnummer bezogener Schaltplan. Einmal Fahrerseite, der ist eigentlich relativ uninteressant für uns. Da geht es tatsächlich nur um Verbindung A und B. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Und hier die Beifahrerseite ist für uns wichtig, denn wir werden den Fehler heute rausmessen, beziehungsweise ich hoffe, dass wir den Fehler rausmessen werden. Und dann können wir sagen, okay, woran liegt es? Wo ist der Fehler tatsächlich? Kurzes Update. Ich habe schon einiges gemessen. Allerdings ist es so, ich will euch jetzt nicht zeigen, wie, was jede Leitung gemessen wird. Dazu gibt es ein extra Video, werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, wie man nach Schaltplan misst und so einen Fehler findet. Bei dem Video geht es jetzt tatsächlich darum, den Fehler zu finden, wie ich darauf gekommen bin. Vielleicht hat der eine oder andere das selbe Problem. Und dann zeige ich euch, wie ich den Fehler gefunden habe. Aber Fakt ist, ich habe jetzt mal den Kabelbaum aus einer anderen Tür ausgebaut und den angesteckt komplett. Dann ist derselbe Fehler. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal alles, was in der Tür ist, inklusive drei Motoren, die ich getestet habe und zwei Fensterheber, einfach mal ausschließen. Das heißt, meiner Meinung nach muss der Fehler irgendwo zwischen hier und dem Relaiskasten liegen. Irgendwo hier drin. Folgender Punkt. Ich habe, also der Fensterheber auf der Beifahrerseite funktioniert wieder. Jetzt werden wir durchgehen, okay, wo ist der Fehler tatsächlich? Und zwar ist es nämlich so, wir haben hier auf T15, haben wir auf Pin 5 ein braun-gelbes Kabel. Und das geht einmal von Pin 5 hier drüben, komplett rüber über die Tür, geht nach drüben und gibt dem hier drüben Klemme 30. Das heißt Dauerplus. Ich habe jetzt das mal so gemacht, dass ich auf der anderen Seite das rot-gelbe Kabel auf Pin 1 und das braun-gelbe Kabel auf Pin 2 gebrückt habe. Rot-gelb, ich stecke es gleich nochmal aus, ist Dauerplus Klemme 30. Damit das Ganze auch funktioniert, kommt dann hier praktisch zweimal Dauerplus rein. So, der Punkt ist jetzt der, ich habe bei einem Kabel gemessen, das war dementsprechend einfach dieses braun-gelbe, da kam nur 11,9 Volt an. Das hat vermutlich nicht gereicht, um das Relais zu schalten. Somit habe ich es jetzt gebrückt und es funktioniert. Wir schauen uns das mal ganz kurz hier an. Man sieht, ich habe ein bisschen was gemessen und ein bisschen was getan. Und zwar geht es nämlich hier um dieses Kabel, braun-weiß, Pin 5. Das hier ist der Motor für die Fahrerseite, beziehungsweise Steuergerät, Fensterhebermotor, Fahrerseite. Geht hier auf Stromfahrt 20. Geht hier oben weiter. Na, das hier ist ja Stromfahrt 9. Das heißt, geht hier oben weiter auf Pin 26. T32, habe ich euch schon gesagt, ist praktisch hier dieser hier. Und das auf der Beifahrerseite, genau dieser Stecker gibt es ja auf der Beifahrerseite auch. Das ist dann praktisch T32A. Also so wird es im Schaltplan bezeichnet. Fakt ist, wir gehen hier rüber. Gehen hier rüber, braun-gelb 0,5. Das geht hier rüber auf gut T1C, ist jetzt mal uninteressant für uns. Und geht hier rüber auf Pin 26 T32A. Das heißt, das hier unten ist der Fensterhebermotor, beziehungsweise das Steuergerät vom Beifahrerfensterheber. Und das geht hier auf Pin 5. So, hier ist es jetzt immer noch braun-gelb. Und hier müssen, wenn wir das Ganze hier so verfolgen, muss Klemme 30 ankommen, wenn wir das Ganze jetzt hier nachverfolgen. Und das ist tatsächlich so, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, von Pin 5 hier drüben, beziehungsweise von diesem Fensterhebermotor geht ein Kabel rüber und geht dann dementsprechend auf. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, dass das Problem, wenn ihr es habt, das auch bei euch ist. Geht hier auf T32A. Geht dann hier durch. Geht dann hier drauf. Das ist tatsächlich so, wenn wir den Stecker so rumhalten, dass der Kabelstrang oben ist. Hier oben ist 1. Rechts drüben 2, 3, 4, 5. Und geht hier auf Pin 5 drauf. Wir können jetzt hier einfach noch mal messen, ob jetzt hier 12 Volt ankommen. Und dann zeige ich euch, wie ich diesen Fehler erstmal gelöst habe. Ist noch nichts Hochwertiges. Aber einfach mal zum Testen und rauszufinden, ist es der Fehler. Habe ich es jetzt hier unten am Stecker einfach mal gebrückt mit so einem Kabelschuh. Ist nichts Hochwertiges. Wie gesagt, erstmal nur zum Fehler finden. Ich würde sagen, wir messen jetzt einfach noch mal und schauen, ob da auf Pin 5 mehr als 12 Volt ankommen. Hier in diesem Stecker haben wir einmal ein dickes, also wir haben zwei dicke Pins. Das ist einmal braun und einmal rot-gelb. Hier muss Klemme 30 ankommen und natürlich bei Masse muss natürlich Masse vorhanden sein. Das ist so eklart. Das heißt, der obere hier ist rot-gelb. Der untere hier ist dickbraun, 2,5. Und wir sehen, wir haben hier 12,68 Volt. Das passt auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt weiter zu Pin 5. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Wir messen jetzt und haben hier nun dasselbe Ergebnis. Ich werde jetzt mal schnell die Brücke entfernen. Und dann werden wir nochmal messen und sehen, dass wir nur noch 11,9 Volt oder irgendwie sowas haben. Die Brücke ist wieder draußen. Ich habe das, wie gesagt, nur mit so einem Kabelschuh einfach mal gemacht. Zum Testen ist jetzt nichts Professionelles. Jetzt messen wir das Ganze nochmal. Wir messen jetzt erstmal wieder braun und rot-gelb, dass wir sicher sein können, Okay, es kommt immer noch 12,68 Volt an. Das heißt, rot-gelb ist Pin 1. Masse ist praktisch Pin 15. Gehen jetzt wieder runter. 1, 2, 3, 4, 5. Messen hier. Und sehen, wir haben nur eine Spannung von 11,88. Das ist tatsächlich zu wenig Spannung, um das Relais im Fensterhebermotor zu schalten. Das heißt, wir brauchen 12 Volt, um dieses Relais anzusteuern, dass tatsächlich der Strom freigegeben wird weiter an den Motor und er sagt, hey, dreh dich. Das heißt, wir haben unseren Fehler mehr oder minder gefunden. Wir wissen schon mal, woran es liegt. Aber was ist jetzt tatsächlich defekt? Weil normalerweise soll ja nicht so sein, dass man einfach irgendwas brückt und es funktioniert dann. Also es funktioniert zwar wirklich dann, aber es ist eine sehr unsäubere Lösung und natürlich eigentlich nicht so gedacht. Wieso komme ich jetzt drauf, dass ich vermute, dass der Kabelbaum auf der Fahrerseite tatsächlich defekt ist? Das ist in der Tür drin, dass auf Pin 5 irgendwo ein Kabelbruch drin ist. Das heißt, zwischen hier bis hierhin irgendwo ein Kabelbruch ist. Ich habe jetzt vorhin hier schon mal ausgesteckt und gemessen, beziehungsweise den Pin mal reingehalten auf die richtige Klemme. Und habe hier unten tatsächlich auch nur 11,8 Volt oder irgendwie was rausbekommen. Das heißt, die Spannung kommt tatsächlich schon zu wenig von hier drüben. Jetzt müsste man natürlich hier direkt am Pin messen. Allerdings ist das ein bisschen schwierig mit einer Prüflampe natürlich ebenfalls. Die wird auf 100%ig leuchten, weil 11,8 reicht, dass die leuchtet. Wir wissen aber nicht genau, was hier Spannung rauskommt aus dem Motor. Also den Motor würde ich jetzt einfach mal ausschließen. Der ist in Ordnung, weil der Fenster an sich funktioniert ja auf der Seite. Das heißt, der muss Spannung haben. Wie gesagt, ich vermute, dass es tatsächlich der Kabelbaum ist und das werden wir jetzt auch einmal testen. Ich habe jetzt mal den anderen Kabelbaum aus der Fahrertür provisorisch hier dran gehangen. Das heißt, wir sind hier auf T32 dran. Wir haben hier unseren Schalter angesteckt und unseren Motor. Das sollte normalerweise zum Testen reichen. So, Batterie ist dran. Das passt. Wir machen es jetzt einfach mal so. Wollen wir nicht rüberlaufen. Zündung. Schalter. Funktioniert. Das heißt, der Fehler ist tatsächlich hier im Kabelbaum der Fahrertür. Schwierig zu finden. Das findet man tatsächlich auch erst, wenn man sich hier durch die Schaltlinie durchkämpft und sowas. Aber so, Fehler haben wir gefunden. Ich würde fast sagen, es ist irgendwo ein minimaler Kabelbruch. Ich will den Kabelbaum jetzt hier eigentlich nicht komplett strippen und auseinandernehmen und hier gucken, wo hier der Kabelbruch drin ist. Das ist so eine minimale Strecke. Deswegen glaube ich, werde ich einfach den Kabelbaum wechseln. Das Einzige, was ich halt sehe, ist halt, dass der hier komplett zerpflückt ist und fertig. Und hier Verbinder und so. Da werde ich mir irgendwas einfallen lassen. Aber soweit mal zum Fehlerbild. Also, Fehler gefunden, Fehler an sich auch behoben. Also, wie gesagt, das wäre jetzt noch das Anschließen. Das wäre aber das Kleinste. Für euch ist erstmal wichtig, okay, Fehler gefunden. Das heißt, wenn euer Fensterheber auf der einen Seite nur surrt, dann liegt es auf jeden Fall daran, dass zu wenig Spannung ankommt und er daher nicht funktioniert. Tatsächlich ist es auch so, dass ich in vielen Foren und sowas nachgeschaut habe. Und zu dem Thema selber tatsächlich, wenn zu wenig Spannung ankommt, tatsächlich überhaupt nichts gefunden habe. Vielleicht hilft dem einen oder anderen dieses Video. Bei mir war es tatsächlich, wie gesagt, der Kabelbaum in der Fahrertür, obwohl der Beifahrer-Fensterheber nicht funktioniert hat. Ist natürlich schon ein bisschen schwierig zu begreifen. Aber wenn man sich dann einen Schallplan so ein bisschen durchsieht, dann versteht man das Ganze natürlich auch. Das da drüben, warum der Fensterheber so geruckelt hat, kann ich euch auch erklären. Das ist so eine ewig lange Story, theoretisch. Also, ich hatte das Fahrzeug mal, habe es dann verkauft, habe es wieder gekauft. Dementsprechend war das mal mein Fahrzeug. Und ich hatte in einem Video früher schon mal das Problem, dass der Beifahrer-Fensterheber geruckelt hat. Das hatte ich aber auf der Fahrerseite auch tatsächlich. Und dann habe ich den Motor selber getauscht mit Steuergerät, Relais. Das ist ja ein Teil. Das sieht dann aus wie hier drüben. Das habe ich getauscht. Und danach war das Ruckeln auch weg. Also, das Ruckeln hat tatsächlich nichts mit diesem Fehler zu tun. Sondern das Ruckeln kommt tatsächlich einfach nur, weil das Relais irgendwie einen weg hat oder so. Es funktioniert zwar noch, aber es nimmt dann immer wieder den Strom weg. Und dementsprechend unterbricht es immer wieder. Daher kommt das Ruckeln. Das hat jetzt aber, wie gesagt, nichts mit dem Problem an sich zu tun. Das ist dann tatsächlich einfach nur ein Problem im Fensterheber-Motor. Weil wenn wir den Motor jetzt hier nehmen und anstecken drüben, dann läuft der komplett durch. Also, das hat auch nichts mit der Scheibe oder so zu tun, dass sich die irgendwie verkantet. Und der Widerstand dann zu hoch wird. Sondern ich habe das vorhin schon getestet, dass tatsächlich nur der Motor. Und zum Fensterheber stottert oder ruckelt, habe ich mal ein Video gemacht. Genau zu diesen Problemen, dass der eben so ruckelt und mittendrin mal aufhört. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber nur mal dazu. Wenn er bei euch ruckeln sollte, gibt es dafür auch eine Lösung. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Noch kurze Anfügung. Ich habe jetzt hier unten noch ein bisschen rumprobiert. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn wir hier, also normalerweise unser Massekabel sieht ja so aus. Wenn das Massekabel keinen Kontakt hat, also wirklich keine Masse, macht der Fensterheber-Motor exakt dieselben Geräusche. Das heißt, wir testen das mal ganz kurz. Ich nehme jetzt einfach mal das hier als Masse, mit dem habe ich jetzt auch die ganze Zeit gemessen. Mal drauf. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall mal hundertprozentig Masse. Testen wir. Geht. Wenn ich jetzt hier die Masse ziehe. Masse ist jetzt gezogen. Wie gesagt, ich habe das jetzt einfach ersetzt, weil das Kabel geht hier hinter den Gebläsekasten und so. Ich habe das jetzt einfach ersetzt und hier unten an den Massepol dran. Dementsprechend sollte das passen. Erstmal, wenn wir dasselbe jetzt machen, zündung ist noch an. Dann haben wir das selbe Geräusch tatsächlich. Das ist, also entweder, das ist jetzt noch als kurzer Nachtrag, tatsächlich entweder der Stromversorgung von der Seite zu gering oder Masse fehlt tatsächlich. Also das sind so zwei Punkte. Gut, dass ich das jetzt einfach nochmal noch aus Spaß mehr oder minder getestet habe. Wenn ihr keine Masse drüben habt, ist das exakt derselbe Fehler. Ihr könnt das genauso machen wie ich. Ich habe mir jetzt hier so einen Pin genommen. Mal kurz hierzu noch raus. Ich habe mir jetzt hier so einen Pin genommen zum Testen. Den hier hinten mal ausgesteckt. Und den lasse ich jetzt auch weg. Ich lasse jetzt erstmal wirklich nur das hier dran. Müsst natürlich wirklich darauf achten, dass ihr mit dem Kabelschuh auf dem Pin hier bei T32A drin seid. Und dann sollte das in der Regel wieder richtig funktionieren. So, Pin ist wieder drauf. Wir testen. Geht wieder. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei Ursachen bei dem Ganzen. Wenn dein Fensterhebermotor so klingt, wie wir es am Anfang besprochen haben, fehlt entweder Masse oder tatsächlich die Spannung vom Fensterheber auf der Fahrerseite. Nur kurz als Ergänzung. Wie gesagt, zufälligerweise habe ich das jetzt noch ausprobiert. Dann können wir das auf jeden Fall schon mal sehr stark eingrenzen. Dann soll es mit dem Video gewesen sein. Wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Weitere Videos gibt es natürlich auf dem Kanal. Schreibt gerne in die Kommentare, was bei euch der Fehler war. Wenn ihr das Problem hattet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.